So, und damit willkommen zum kleinen Letztest, hier noch so zur später Stunde, war eigentlich auch relativ spontan, denn der Luna oder Lunatic 1988, wenn man das so ausspricht, hat nämlich ein kleines Letztest zu Slender Space gemacht und dann wohl die kleine Forderung gestellt, oder konnte man, wenn man möchte, dass man mal eine kleine Videoantwort dazu erstellt, hier hat das Spiel auch mal selber testet. So, ich mach mal die Möglichkeit, das Ganze auch mal selber zu testen, denn das hat mich auch mal wieder angesprochen, dass man das mal wirklich durchspielt, wie man sieht, man kann das sogar zu zweit spielen. Coming soon steht aber noch, das heißt, das dauert wohl noch. Und deswegen mal so eine kleine Art Videoantwort und dazu nochmal selber ein kleines Letztest und ich mach einfach mal den Singleplayer. Uh, und das geht auch schon los. Was ist das denn? Also, es soll ja irgendwie in dem im Dead Space 3 ein Klon sein, ist es auf jeden Fall. Und du Schande. Was ist denn das für ein für ein verrücktes Spiel? Jetzt ist ja das Licht aus, so. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Unlockt. Ich geh einfach da durch. Einfach durch. Ich erkenne die gar nicht zu Licht. Ah, wäre mir Licht. Mit F gibt's ja Licht. Gut, dann streifen wir mal durch die Gegend hier. Hö, 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 hö. Was ist das denn für ein für ein Slenderteil? Ich bin mal gespannt, was gleich kommt. Also, ich hab das ja schon gesehen, das sind ja einige Effekte mit bei. Ich bin gespannt, wie ich mich hier gleich Oh, ich hab ja jetzt schon... Man krieg ja jetzt schon Gänsehaut, eh, wenn man das überhaupt richtig angefangen hat. Und so, was soll man hier eigentlich finden? Sechs Power Notes. Hm, hier sind schöne Kerzen. Was ist das, wo wir jetzt zu sagen hat hier als Denny Slendy? Nee, gut, dann wollen wir mal durch. Ich hab jetzt extra meinen Ton gar nicht ganz so laut. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt laut machen soll oder nicht. Schränke. Die erste Power Note. So eine komische Lampe soll eine Power Note sein. Na, da denn. Mit E hab ich die jetzt aufgesammelt. Ich weiß gar nicht, was E eigentlich sonst sozusagen hat. Also, mit E sammelt man diese Leucht Dinger, diese Power Notes auf. Also hab ich da sogar richtig zugegriffen. Aha. Gut, dann glaub ich es blinkt da irgendwas Wichtiges. Irgendwie Einbruchsgefahr hier. Was ist das hier? Nee, kann ich nichts mehr machen. Gut, dann gehen wir mal wieder heraus hier. Ich will mich nicht zu lange mehr auf... Bäh, wie war es? Slendy Slendy ist schon wieder irgendwo hier in der Nähe. Ich hab ihn jetzt mal nicht gesehen. Ach, du Schande. Der kam jetzt aber sehr unerwartet. Der hat sich gar nicht... Der hat sich relativ angeschlichen diesmal. Wo ist er? Bäh, shit. Ach, du... Kacke. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wegkommen soll. Wenn das jetzt hier gleich endet, dann ist das eine kurze Runde. Ich seh nur noch hier gekrisselt. Ich seh gar nicht, wo ich hier... Ah, hier kann ich wieder endlich gehen. So, wieder rum. Ach, er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Und ich kann nicht sprinten. Man kann hier nicht sprinten in diesem Spiel. Das ist ja... und dunkel. Ist es wirklich dunkel hier? Man merkt es auf jeden Fall, dass es das schnellste, was man hier merkt. Ich geh einfach mal hier rein. Links. Was sind das hier? Toiletten? Oder was soll das? Toiletten. Da, 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 da. Ich guck da jetzt mal nicht so genau rein. Das wird man ja sehen. Das sind diese Power-Nodes. Sieht man auf jeden Fall. Das sind diese... Ah! Ah, 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 ah. Nummer zwei, Nummer zwei. Und wir sind hier gleich durch. Schon ein Drittel hier von dem Ganzen. Jetzt aber zackig. Ach, jetzt bin ich automatisch in den anderen Raum reingegangen. Öh, einmal durch. Hier ist... Ach, hier ist keine. Hier ist keine. Dann wollen wir mal schnell wieder raus hier. Öh, da lang. Und dann da lang oder da lang. Nee, hier lang. Das ist ja total verzweigt. Ja, viel... Ja, es ist viel größer als bei den anderen Slenderteilen. Ich kann mir das jetzt nicht so ganz vorstellen. Dafür fällt einem das einfach noch nicht auf. Aber ich glaube, das ist allgemein hier relativ groß. Und diese Lautstärke dieses Spiels, merkt man, auch sehr extrem. So, wo seid ihr hier ganzen Power-Nodes? Ich hole euch jetzt mal kurz alle und dann bin ich hier weg. Und das Slendie ist wieder Geschichte. Da ist nichts. Da ist nichts. Oder doch? Nein, hier ist nichts. Du, 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 du. Ihr hört mich nicht. Ihr sieht mich nicht. Tadadadada. Und dieser Slendie ist auf jeden Fall hier deutlich gefährlicher, habe ich das Gefühl. Also von den Effekten hier ist das hier schon extrem und man merkt es auf jeden Fall. Ich hasse diese dunklen Räume eigentlich, ja. Ich gehe hier nur so ungern durch. ganz ungern, aber na gut. Ich habe gedacht, ich wage es mich einfach mal. Wie ich hier so abschneide und wie ich hier so reagiere, wenn hier was kommt. Ach du Schande, sind wir schon wieder hier. Hier will ich gar nicht mehr hin. Äh, ja, wieder durch hier. Was, 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 was? Äh, ich sehe hier nichts. Wo ist denn... Ja, was? Ist doch alles okay. Oh, der war hier irgendwo. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach, besser so. Es ist besser so, wenn ich ihn nicht sehe. Ja, links, rechts. Ich weiß nicht, wo ich hier jetzt schon war. Ich glaube, wie war ich hier jetzt gar nicht hier wieder im Kreis mit Sicherheit. Einfach weiter. Und mal geradeaus. Ne, da war ich schon. Hier war ich schon. Hier war nichts. Ja, aber so viele Gänge sind das gar nicht. Wenn man hier sechs Power Notes finden soll, wie soll denn das funktionieren? Ehe Mr. Slendy sich hier blicken lässt. Schon wieder Toiletten? Sind das andere oder war ich hier schon? Ich glaube, bei den letzten Mal war ich bei den anderen hinten. Da ist aber nichts drin. Nichts drin, nichts drin. Ich sehe mich nicht im Spiegel. So, raus hier, raus hier. Dann gleich einmal wieder rüber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon bei den Toiletten war oder ob das die anderen waren. Ich habe es mir nicht. Es scheint hier nämlich zwei Toiletten zu geben. Einmal hier vorne und einmal da hinten wieder. Aber hier ist ebenfalls nichts. Zwei Power Notes und jetzt finde ich hier nichts mehr. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nichts ist. Ja. Da, 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 da. Nee, da bin ich nicht mehr rein. Bei dem war ich doch vorhin schon. Da war nichts. Hm. Also irgendwie übersehe ich hier mit Sicherheit Gänge. Was, was, was? Wo? Da steht er schon. Da steht er schon. Wo ist er, wo ist er, wo ist er Ach du Schande, ach du Lauf, Lauf, Lauf Ich kann nicht laufen, ich würde ja so gerne sprinten Und ich sehe nichts, wo ich hier gerade hinrenne Jetzt wird mein 12 FPS auch ganz Ganz entzürgend Ich bleibe hier, solange du da weg bist Du kannst mal aufhören zu krisseln hier Hä, wo ist er denn jetzt Mann Ich verreiß in meine Maus und Ich sehe nichts, ich sehe nichts Hä, wo bin ich denn jetzt Und wo ist der Slendy Ich glaube er ist weg Ja, erstmal verstecken Dann langsam wieder raus Und dann langsam wieder raus Und er ist weg Dann haben wir wieder festgestellt, dass hier einfach nichts ist Das heißt, wo lang soll ich Ach, hier kann man auch noch lang Ich glaube den habe ich vorhin übersehen gehabt Na 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 Und hier kann man ja auch noch lang Jetzt finde ich die ganzen Wege, jetzt finde ich sie Was ist das? Dr. Markiplier Feeling sick Hier noch so Schleichwerbung Was ist denn das? Das sieht ja fast aus wie so ein kleiner Kinosaal Hier eben solche komischen Komischen Sitze Was soll das darstellen? Was hat hier der Slendy immer gemacht? Was ist das denn hier? Eine kleine Bar Aber auf jeden Fall keine Leuchtdinger Und ich sehe schon wieder nichts Der Schlampe ist viel zu dunkel normalerweise Ah, ich kann hier reingehen Aber hier ist nichts Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich hier gerade Äh, lang gehe Na 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 Von wo war ich eigentlich jetzt gekommen? Haha Wow, in Minecraft Minecraft ist ja also auch aktuell Da war ich schon Ich muss jetzt hier weiter Ach, da kommt der angekommen Da kommt der, da kommt der, da kommt der, da kommt der Ich kann mich nicht bewegen Ach, du Schande Lauf irgendwo hin Lauf da rein Ich so ziehe der bei mir so nach links Ich kann gerade überhaupt nicht Äh Äh, 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 äh Ja, ich gehe schon, ich gehe schon Ich bin schon weg Ich kann nicht springen Mist Ich kann gar nicht springen Oh, da kommt er, da kommt er Nein, wenn ich jetzt hier nicht mehr Ich komme hier nicht raus Ich komme hier nicht raus Und ich muss ihm gleich Äh, 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 äh Ey, das ist doch nicht deren Ernst Das ist nicht deren Ernst jetzt Ich komme hier nicht weg Ich kann, oh, das ist doch Dagegen, äh Sag mal, will der mich jetzt veralbern? Will der mich Ich komme hier nicht durch Ich bin hier weg Ich hänge hier fest Jetzt ist er weg Das ist doch ein Heinz Lindy Komm ich denn da hinten jetzt durch? Ja, ich komme hier durch Ich will hier kurz noch nach einer Power Note gucken Aber hier ist nichts Hier leuchtet nichts Hier ist gar nichts Ich kann hier wieder raus Ha, 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 ha Naja, dieses Spiel macht einen verrückt Es macht einen verrückt Ganz im Ernst Es macht einen verrückt Gänsehaut über Gänsehaut Ich laufe jetzt hier nochmal weiter Da ist wieder eine Tür Was ist das hier? Da ist nichts Hier sind irgendwelche verschiedenen Gänge wieder Ich gehe jetzt einfach mal hier rein Ich weiß nicht Was? Wie? Was? Ich sehe ihn nicht Wo denn? Wo denn? Ich kann hier natürlich jetzt auch wieder rausgehen Wo ist der denn immer? Ich sehe den immer nicht Er ist immer total versteckt bei mir Ach, was ist das denn hier? Höh, höh, höh Aber hier ist keine Power Note Das sehe ich von hier schon Gehe ich mal da hinten rüber Da ist nichts Da ist nichts Hier ist nichts Hier geht's weiter Das heißt weiter Hier bin ich auch wieder draußen Ha, ha, ha Und durch komme ich hier nicht Dann sind wir jetzt wieder hier Und müssen Was sind wir denn jetzt hier? Das ist ein Durcheinander hier Ach, hier sind wir jetzt wieder Ja gut, dann gehen wir nochmal hier durch Da, 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 da Ah, da steht er schon Shit Mö Kommt er jetzt Nee, er kommt nicht Ich muss aber reinzländen Ich muss doch dazu Die, ja Ah, ha, 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 ha Shit, ich würde so gerne Ah, nee Ich dreh dich, dreh dich Zurück, 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 zurück Ich würde so gerne Ich würde ja so gerne dort hinten hin Aber ich komme da nicht hin Weil er da steht Und jetzt Ich sehe nichts Wo bin ich? Oh, da kommt er Da kommt er Da kommt er Lauf, 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 lauf Und ich kann nicht laufen Er sprintet nicht Der kommt angelaufen Ach, shit Ich habe keine Ahnung, wo lang Kommt angeschlendert Er kommt angeschlendert Da hinten war ich aber Ich glaube ich schon Oder war da Ach, ich weiß gar nicht mehr Wo ich jetzt schon war Und wo ich nicht war Ich gehe jetzt einfach nochmal Hier lang Mit der großen Hoffnung Hier was zu finden Was, wo bist du denn? Du bist doch hier irgendwo Doch, da kommt er Ah, schnell weg, schnell weg Schnell weg Lauf da durch Ah Bäh Ist er weg? Ja, er ist weg Tja, also so eilig Hast du es dann wohl nicht Ja, schnell nie Zwei Zwei Solche Power-Dinge Habe ich da bis jetzt Und relativ verfolgen Tut er mich nicht Also Aber trotzdem Will ich das eigentlich Jetzt gar nicht mehr spielen Weil er ist mir Zu aufdringlich Zu aufdringlich Da, 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 da Geht er durch Diese Sounds Wenn er mal kommt Ich kann nicht drüber nachdenken Kann ich nochmal hier lang gehen Ich muss nämlich da hin Zu diesem anderen Raum Da nehme ich jetzt schon Wer weiß wie oft abgehalten Jetzt lass mich da mal hin Da war ich schon drin Glaube ich Da ist nur noch der eine Raum Der da mir da hinten fehlt Alle anderen Mir fehlen noch so viele Dinger Hier So viele Vier Power-Nodes Hör, da hinten dauert er schon wieder Du musst die Das gibt's auch gar nicht Lass mich doch in Ruhe Ich seh ihn nicht mehr Er ist schon wieder weg Das ist nett Er ist freiwillig gegangen So, da ist Nichts Da ist zwar auch nichts Aber gehen wir trotzdem Hier mal lang Also man sammelt Diese Power-Nodes Mit E auf Hätte mich jetzt irgendwie Ich hab auch vorher die Option Gar nicht durchgelesen Das war jetzt einfach Ein Zufall Dass ich die so drücken konnte Und zack Kann ich die in die Hand Oder aufgenommen Aber hier ist ja auch nichts Ganz merkwürdig Ganz merkwürdig Geht's hier noch weiter Ich will hier gar nicht mehr sein Normalerweise Ich wollte diesen Da kommt er Shit, 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 shit Er dreht sich so schwer Bei mir ist diese Steuerung Ganz komisch Nein, 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 nein Zurück, zurück, zurück Ich hasse diese Steuerung Die ist bei mir ganz merkwürdig Bei diesen Bei diesen Indie-Spielen Ganz oft Er zieht so nach links Er ist wieder weg Ich muss irgendwie Was? Wo? Wo? Du bist hier doch Nirgendwo Doch, da hinten ist er schon wieder Das gibt's nicht Komm, 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 komm Ich sehe ihn nicht Ist er noch da? Ne, er ist nicht mehr da Doch, da ist er wieder Er lässt mich da nicht durch Er lässt mich da nicht durch Slendy Wo soll ich denn sonst noch hin? Da renne ich wieder zurück Ich muss die Zurufe Da hinten noch mehr erkunden Aber er lässt mich immer nicht Ich sehe ihn nicht Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht Ach du Schande Och Gott, was war das denn eben? Ich habe ihn gar nicht gesehen Oh, was ist denn das für ein Spiel? Der kommt ja da Angeschrien Und zappelt mir den Arm da rum Ach du Schande Was ist er denn für einer? He got you Exit game Hey Da hat mir mal jemand vorwarnen können Dass der so angesprungen kommt Was ist denn das für ein Spiel? Ich habe ihm schon gedacht Ich soll es lieber beenden Ich habe es nicht getan Jetzt habe ich die Den Schock Bekommen Oh, zwei Zwei diese komische Zwei von diesen Leuchtdingern Da jetzt hier Power Power Dings Pumps Ich habe schon den Namen wieder vergessen Vor dem ganzen Schock eben schon wieder Das ist ja jetzt gerade nicht so viel Aber wo sollen die alle gewesen sein? Der hat mich da auch so doof verfolgt Der Slendy Der du Der freche Ja, das war auf jeden Fall mein kleines Letztest zu diesem Spiel Dieser letzte Schocker hat mal wieder gereicht Ich werde es mit Sicherheit jetzt noch nicht ausprobieren Vielleicht später nochmal Jetzt Aber momentan Reicht das erstmal wieder Also bis dahin Tschüss